Lieblingscocktail, wir haben sie Limbo-Tanzen sehen, aber das, was sie am besten kann, ist natürlich Musik machen. Hier ist Lina mit Ohne dieses Gefühl. Und dass der Atem gestockt und ich hab nicht mal mehr Bock, dass sie unserlich spielen. Und es steigt in mir auf und mir wird heiß und ich brauch irgendwas, das mir hilft gegen diesen Kreislauf. Denn es pulsiert in meinen Adern und mein Herz schlägt lauter, denn es will zu dir und ich kann nicht weiter ohne dieses Gefühl. Ohne dieses Gefühl mit dir, 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 ohne dieses Gefühl. Ich merke, all meine Bahnen sind alles andere als Graben, wenn ich an dich denk. Und dass ich nicht funktionier, mich in Gedanken verlier, egal wie ich mich lenke. Und es reißt in mir auf und mir wird heiß und ich brauch irgendwas, das mir hilft gegen diesen Kreislauf. Denn es pulsiert in meinen Adern und mein Herz schlägt lauter, denn es will zu dir und ich kann nicht weiter ohne dieses Gefühl. Ohne dieses Gefühl, mit dir ohne dieses Gefühl mit dir ohne dieses Gefühl mit dir. Ohne dieses Gefühl Kannst du das? Boom, 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 boom. Kannst du das hören? Kannst du das? Denn es pulsiert in meiner Adernung. Mein Herz fliegt lauter, denn ich bin zu dir. Und ich kann nicht weiter ohne dieses Gefühl. Ohne dieses Gefühl mit dir. 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 Ohne dieses Gefühl. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Sommer-Ohrbomb. Ich bin selbst völlig aus der Puste. Hast du gesehen, dass ich ausgerastet bin? Ja. Das war eine richtig gute Party. Sag mal, wenn du eine Sommerparty schmeißt, welche Songs dürfen da für dich nicht fehlen? Was ist passiert? Oh Gott, da ich früher ziemlich großer One-Direction-Fan sein, muss mindestens ein One-D-Lied dabei sein. Ah, One-D. Was ist passiert? Wieso bist du kein One-D-Fan mehr? Nein, bin ich ja. Ach so, bist du noch? Alles klar. Da wollen wir gar nicht weiter ansprechen. Weißt du was, wer richtig coole Sommermusik dabei hat? Ja. Wer denn? Ja, ich rate mal unsere DJ-In. Das ist richtig. Helena, du hast auch Party-Songs mitgebracht. Deine Top 5. Ah ja, das fiel mir gar nicht so leicht, das auszusuchen. Aber ich fange mal an. Und zwar mit dem ersten, den kennen wir alle. Waves von Robin Schultz. Okay, jetzt, Leute. Jetzt geht's los. Macht euch gefasst. Der zweite, den ich dabei habe, der heißt Light It Up von Major Lazer. Ah, den kenne ich auch. Ich auch. Das macht schon mal gute Stimmung. Cool. Der dritte ist noch mal von Robin Schultz und der heißt Sugar. Achtung, jetzt wird's gleich funky mit Uptown Funk von Mark Runzen. Das ist auch ein cooler Song. Und zuallerletzt habe ich noch den Sonnentanz von Clank Carussell dabei. Oh, der Sonnentanz, Clank Carussell. Oh, der ist so sehr cool. Genau. Der erste Eispring. Cool, vielen Dank, DJ Helena. Was für eine coole Sommerparty hier bei uns im Tigarden Club. Ich habe noch was ziemlich cooles für euch zu Hause. Ihr könnt nämlich drei von diesen handsignierten Lina-Alben gewinnen. Oh, die Augen hier im Studio. Dafür müsst ihr alle und ihr zu Hause auf www.tigerentenclub.de gehen. Da gibt es die zu gewinnen. Und die klaue ich jetzt. Nein, die gibt es natürlich zu gewinnen. Lina, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Diese kleine Tigerente ist für dich. Günther ist auch schon ganz, ganz doll verliebt. Danke an Lina und Ben. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Team-Duell. Und Juri, der ist auch schon draußen. Und da gehen wir jetzt auch hin.